Die Puritaner Buchreihe Dieser Auszug stammt aus dem Buch Überfließende Liebe von John Bunyan und wurde überschrieben mit Was hält einen Menschen davon ab, zu Christus zu kommen? Teil 1 Erster Punkt Es liegt an fehlender Erkenntnis Christi. Sie wissen nur wenig von der Gnade und Güte, die im Herzen Christi zu finden ist. Sie wissen nur wenig über den Wert und den Verdienst seines Blutes. Sie wissen wenig von der Willigkeit seines Herzens, sie zu erlösen. Und das ist der Grund für ihre Furcht in ihrem Herzen. Und es veranlasst sie zu dem Denken, Christus wolle sie nicht annehmen. Der Unglaube ist der Sohn der Unwissenheit. Deshalb spricht Christus. Die Trägheit ihres Herzens zu glauben, kommt aus ihrer Torheit in Bezug auf die Dinge Christi. Dies ist jedem klar, der sich selbst kennt und Jesus Christus sucht. Je mehr Unkenntnis, desto mehr Unglaube. Je mehr Erkenntnis Christi, desto mehr Glaube. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Psalm 9, Vers 11 Derjenige also, welcher sich gerade aufmacht, zu Christus zu kommen und noch wenig Erkenntnis über ihn hat, fürchtet, dass Christus ihn nicht annehmen wird. Wer aber länger mit ihm vertraut ist, der hat den Bösen überwunden. Als die Brüder Josefs nach Ägypten kamen, um Getreide zu kaufen, heißt es. Und Josef erkannte seine Brüder. Sie aber erkannten ihn nicht. Und was folgt? Nun, sie waren in ihren Herzen sehr misstrauisch, ob alles gut gehen würde, besonders als Josef ihnen hart antwortete, sie Kundschafter nannte und ihre Aufrichtigkeit prüfte und dergleichen. Und bedenken Sie, solange die Unwissenheit über ihren Bruder anhielt, legten sie alles, was Josef tat, in einem übelsten Sinn aus. Josef gebot zum Beispiel einmal dem Diener in seinem Haus, sie zu sich zu bringen und mit ihm zu essen, sogar im Hause Josefs zu essen. Und wie nahmen sie dies auf? Nun, sie fürchteten sich. Da fürchteten sich die Männer, weil sie in das Haus Josefs geführt wurden, in das Haus ihres Bruders. Und sie sprachen, Er sucht eine Gelegenheit gegen uns und wird über uns herfallen und uns und unsere Esel versklaven. 1. Mose 43, Vers 18 Was? Sie fürchteten sich, in das Haus Josefs zu gehen? Er war ihr Bruder. Er wollte sie fürstlich bewirten, er wollte sie bewirten und mit ihnen schmausen. Ach, aber sie wussten nicht, dass er ihr Bruder ist. Und solange sie dies nicht wussten, solange schreckte sie ihre Furcht. Dies geschieht mit dem Sünder, der erst spät zu Jesus Christus kommt. Er weiß nichts von der Liebe und dem Erbarmen, welche Christus für den kommenden Sünder hat. Darum zweifelt er, darum fürchtet er sich, deshalb erfüllen böse Ahnungen sein Herz. Kommender Sünder, Christus lädt sie ein, mit ihm zu speisen. Er lädt sie zu einem Bankett mit Wein. Ja, er lädt sie in seinen Weinkeller ein, und sein Banner über ihnen ist Liebe. Aber ich habe Zweifel, sagt der Sünder. Aber, aber, ist die Antwort, er ruft sie, er lädt sie zu seinem Festmahl ein, zu Burgunder und Äpfel, zu seinem Wein und dem Saft seiner Granatäpfel. Ach, ich habe Angst, ich zweifle, ich hege Argwohn, ich zittere in der Erwartung des Gegenteils. Weiche von dem Menschen heimtückische Torheit. Seien sie ohne Furcht, Sünder, glauben sie nur. Wer zu Christus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Deshalb soll der Kommen der Sünder nach mehr von der guten Erkenntnis Christi trachten. Strecken sie sich nach ihr aus. Suchen sie sie wie Silber. Graben sie nach ihr, wie nach einem verborgenen Schatz. Was, das wird sie ermutigen. Es lässt sie an Stärke immer mehr zunehmen. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich kenne ihn, sagt Paulus. Und was folgt daraus? Nun, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Was hatte Paulus Christus anvertraut? Die Antwort lautet, er hatte ihm seine Seele anvertraut. Aber warum vertraute er ihm seine Seele an? Nun, weil er ihn kannte. Er wusste, dass er treu ist, freundlich. Er wusste, er wird ihn nicht fallen lassen, ihn nicht verlassen. Deshalb legte er ihm sein Leben zu Füßen und vertraute es ihm auf jenen Tag an. Punkt Nummer 2 Ihre Furcht, Christus könnte sie nicht annehmen, kann auch eine Folge ihres ernsten und starken Verlangens nach Erlösung durch ihn sein. Denn, so finde ich, ein starkes Verlangen nach etwas wird oft von einer großen Furcht begleitet, es nicht zu bekommen. Wenn ein Mensch an etwas sein Herz hängt und es sich am meisten wünscht, dann fürchtet er oft, es nicht zu erlangen. So hatte der Oberste der Synagoge ein großes Verlangen danach, dass seine Tochter leben möge. Und dieser Wunsch wurde von der Angst begleitet, dass sie nicht leben würde. Darum sagte Christus zu ihm, fürchte dich nicht. Denken Sie an einen jungen Mann, dessen Herz sehr nach einem Mädchen verlangt, sie zu seiner Frau zu nehmen. Wenn er je Angst hat, sie nicht zu erlangen, dann in der Zeit, in welcher er beginnt, sie lieb zu gewinnen. Er meint, jemand kann sich zwischen meine Liebe und das Objekt dieser Liebe stellen. Entweder findet sie etwas Schreckliches an mir, meinem Stand oder etwas an meinen Verhältnissen. Jetzt beginnen seine Gedanken zu arbeiten. Sie mag mich nicht oder etwas anderes läuft verkehrt. Und so geht es der Seele, wenn sie das erste Mal zu Jesus Christus kommt. Sie lieben ihn und ihre Liebe erzeugt Eifersucht und diese Eifersucht bringt oft Ängste mit sich. Jetzt fürchten sie sich wegen der Sünden ihrer Jugend, der Sünden ihres Alters, der Sünden in ihrer Berufung, der Sünden bei ihren christlichen Pflichten, der Sünden in ihrem Herzen oder etwas anderem. Sie denken, dieses oder jenes werde das Herz und die Zuneigung Christi von ihnen abwenden und darum wird er ihre Seele abweisen. Aber seien sie getrost. Etwas mehr Erkenntnis über ihn wird ihnen Mut machen. Ihr ernsthaftes Verlangen soll nicht von solchen nagenden Ängsten begleitet werden. Sie werden herrnach sagen, das ist mein Kranksein. Psalm 77, Vers 11 Sie sind krank vor Liebe. Was eine sehr süße Krankheit ist. Und doch wird jede Krankheit von einer Schwäche begleitet. Aber ich wünschte, dass sich diese Verstimmung, wenn man sie so nennen darf, wie eine Epidemie ausbreiten würde. Ich wäre glücklich, an dieser Krankheit zu sterben. Sie ist besser als das Leben selbst, wenn sie auch von Furcht begleitet ist. Doch sie rufen, ich kann es nicht erlangen. Nun ziehen sie ihre Schlüsse nicht zu voreilig. Wenn Jesus Christus nicht seine Hand durch die Luke gestreckt hätte, wäre ihr Herz seinetwegen nicht in Wallung geraten. Hören Sie, wie es der Prophet gesagt hat. Sie werden dem Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer her beieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd her beieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Hosea 11, die Verse 10 und 11 Wenn Gott brüllt, wie ihn die kommende Seele oft brüllen hört, wer würde da nicht erzittern, wenn er kommt. Doch zitternd kommt er, da forderte er ein Licht, sprang hinein und fallt zitternd vor Paulus und Silas nieder. Apostelgeschichte 16, 29 Wenn sie den jungen Mann, welchen wir vorhin erwähnt haben, fragen würden, wann begann ihre Furcht, sie würden dieses Mädchen nicht erlangen, welches sie so lieben? Dann würde die Antwort lauten, als ich begann, sie zu lieben. Doch fürchteten sie dies nicht schon vorher? Nein, ich würde es eigentlich auch jetzt nicht fürchten, wenn ich nicht so leidenschaftlich lieben würde. Kommen sie, Sünder, das werden wir nun anwenden. Wann begannen sie zu fürchten, dass Jesus Christus sie nicht annimmt? Sie sagen, seit ich danach verlange, dass er meine Seele errette. Ich begann mich zu fürchten, als ich begann, zu ihm zu kommen. Und je mehr mein Herz nach ihm verlangt, desto mehr spüre ich die Furcht in meinem Herzen, er werde mich nicht erretten. Sehen sie, habe ich ihnen nicht gesagt, dass ihre Ängste nur die Folge ihres starken Verlangens sind. Nun, fürchten sie sich nicht, kommender Sünder. Tausenden von kommenden Seelen geht es wie ihnen, und doch gelangen sie alle an der Brust Christi in Sicherheit. Sagt, spricht Christus, zu denen, die ein verzagtes Herz haben, Seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Punkt Nummer 3 Ihre Furcht, Christus werde sie nicht annehmen, kann dem Empfinden für ihre Unwürdigkeit entspringen. Sie erkennen, was sie für ein armes, erbärmliches, jämmerliches und nichtswürdiges Geschöpf sind. Und weil sie dies sehen, fürchten sie, Christus werde sie nicht annehmen. Wehe mir, sagen sie, ich bin der Schändlichste aller Menschen, ein Sünder aller Sünder, ein Oberster der Sünder. Ich bin nicht nur selbst ein Sünder, sondern ich habe andere auch zu zweimal so schlimmeren Kindern der Hölle gemacht. Ferner, ich bin jetzt zwar ein wenig erweckt und mein Sinn verlangt nach Erlösung, aber selbst jetzt ist mein Herz aufrührerisch, fleischlich, hart, treulos, schrecklich, neigt zum Unglauben und zur Hoffnungslosigkeit. Es vergisst das Wort, es schweift umher und es läuft zu den Enden der Erde. Ich bin fest überzeugt, dass es in der ganzen Welt keinen gibt, der ein so verzweifelt schlimmes Herz hat wie ich. Meine Seele kümmert sich nicht um das Gute, sondern nichtsdestoweniger mit Ernst um das Böse. Kann jemand wie ich in Herrlichkeit leben? Kann ein heiliger, gerechter und rechtrichtender Gott überhaupt daran denken, Ehre sei seinem Namen, ein solch verdorbenes Geschöpf wie mich zu retten? Ich fürchte mich. Wird er einen so toten Hund wie mich Wunder sehen lassen? Das bezweifle ich. Ich bin zum Abscheu meiner eigenen Person verurteilt. Ja, ich verabscheue mich selbst. Ich ekle mich vor mir. Wie kann ich dann von einem heiligen und die Sünde verabscheuenden Gott angenommen werden? Mich verlangt danach, errettet zu werden. Wer würde dies nicht, wenn er in meiner Verfassung wäre? Ich wundere mich tatsächlich über die Tollheit und Torheit der anderen, wenn ich sie so sorglos angesichts des Schlundes der Hölle hüpfen und springen sehe. Frecher Sünder, wie können sie es wagen, Gott zu versuchen, indem sie über den Bruch seines heiligen Gesetzes lachen? Aber ach, auf eine Weise sind sie nicht so schlecht. Aber ich bin viel schlimmer auf eine andere. Ich wünschte, ich wäre alles andere als ich selbst. Und doch weiß ich hier nicht, was ich mir wünschen soll. Wenn ich solche sehe, die wie ich glauben und zu Jesus Christus kommen, oh, dann segne ich sie. Aber ich bin bestürzt darüber, wenn ich bemerke, wie anders ich, wie ich denke, als jeder gute Mensch in der Welt bin. Sie vermögen zu lesen, zu hören, zu beten, zu gedenken, zu bereuen, demütig zu sein, alles besser zu machen als ein so abscheulicher Lump wie ich. Ich, jämmerlicher Kerl, bin für nichts gut genug, als im höllischen Feuer zu schmoren. Und wenn ich daran denke, bin ich auch bestürzt. Auf diese Weise erzeugt und verstärkt das Gefühl der Unwürdigkeit die Ängste in den Herzen derer, welche zu Jesus Christus kommen. Aber dies sollte wahrhaftig nicht so sein. Denn wer braucht schon den Arzt außer dem Kranken? Oder für wen kam Christus in die Welt, um ihn zu erretten, wenn nicht für den Größten der Sünder? Also, je mehr sie ihre Sünden sehen, desto schneller fliehen sie zu Jesus Christus. Und lassen sie sich durch das Gefühl ihrer Unwürdigkeit veranlassen, noch schneller zu kommen. Wie ein Mann, der seinen gebrochenen Arm in einer Schlinge trägt und zum Arzt läuft. Wenn er an seinen gebrochenen Arm denkt und den Schmerz und die Pein spürt, beschleunigt er noch seine Schritte. Und falls sie auf den Satan treffen und er sie fragt, wohin gehst du? Dann sagen sie zu ihm, dass sie ein Krüppel sind und zum Herrn Jesus gehen. Wenn er ihnen ihre Unwürdigkeit vor Augen stellt, dann sagen sie ihm, dass sie so zu Jesus Christus gehen, um Heilung für ihre sündenkranke Seele zu erlangen. Wie der Kranke den Arzt aufsucht und wie derjenige mit einem gebrochenen Knochen zu dem geht, der ihn richten kann. Doch oft geschieht es dem, der um sein Leben läuft, dass er keine Hoffnung hegt, zu entkommen und sich darum selbst in die Hand des Verfolgers ausliefert. Doch auf, auf, Sünder! Seien sie guten Muts! Christus kam, um Unwürdige zu erlösen. Seien sie nicht ohne Glauben, sondern vertrauen sie. Machen sie sich auf den Weg, Mensch! Der Herr Jesus ruft sie und spricht. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaustoßen.